Musik Wir haben versucht, die Geschichte zu erzählen, »You Never Walk Alone« zu erzählen. Eine kleine Geschichte mit Lilium, 1909, hier in Budapest, macht eine Weltkarte und wird das Weltanthema der Fußball. »Vench Moinar«! »Vench Moinar« war, glaube ich, der größte Schreiber seiner Zeit. Jeder kannte ihn als Superstar. Er hat Europäische, wegen der Hitler, »Molnar« zu Hause kam. und Roger und Hammerstein auf dem Grund hatte sich die Recht, ein Musiker aus dem estaban. Rogers konnte in fünf, fünf Minuten ein drum an schreiben. Er sagte mal, IP-Melodie. Dinge können kreieren, die letzten und letzten und haben Sinn. Diese Hymne, das ist ein Signal und das ist leicht zu verstehen und sie vereint die Leute in diesem Moment. Aber da geht's ja überhaupt nicht um Fußball. Ist doch egal. Ist das nicht am Ende egal?